Also eigentlich ist Ramadan und ich habe gar keinen Bock auf diese Fitna-Geschichten, auf diese kleine Mädchen-Streitereien. So, ich wurde angecheckt, mehrfach, ob ich auf diesem Album drauf sein möchte. Ich bin gekommen, ich habe eine Session gemacht, jeder hat sich bedankt über meinen Part. Hier, Schleimerei, dort, haha, baba, uh, krass, blablabla. Jetzt sitzt ich im Auto und lacht über meinen Part. Mir wird schon sicher was einfallen für euch, vor allem für dich, Jamul. Und lass mal abwappen. Es ist gerade Ramadan, ich will mich gar nicht aufregen, ich will gar nicht Fitna machen. Ich will auch gar nicht, dass meine Fans oder deine Fans streiten, diese Sache klemmen unter uns. Safe. Ciao. Du sagst, es ist eine Herausforderung, ich nehme deine Herausforderung an. Gar kein Problem. Wie du sagst, wir laufen in Tatenio. Mein Labeler ist Mumbai's Entertainment. So. Wir sind nicht hier, um uns zu streiten, um uns zu beleidigen, um dies und das zu machen. Und wenn wir uns streiten, dann auf künstlerischer Ebene und dann ist es Entertainment. Mehr dazu in meinem Feed. Eine Bitte, eine Bitte, eine Bitte an alle anderen da draußen. Bitte hört auf, andere zu beleidigen. Bitte hört auf, Jamal zu beleidigen. Bitte hört auf, McCloud zu beleidigen. Mich zu beleidigen. Was weiß ich, wen zu beleidigen. Bitte. Damit kommen wir nicht weiter. Vertraue. Ich weiß, wie ich das kläre beim Red Bull Song Clash.